hallo zusammen begrüßt euch zum nächsten trailer am 26.10.2020 das ist nicht der einzige punkt auf den ich eingehe aber sicherlich schon jetzt da würde ich schon sagen der wichtigste der neue angriff auf unsere geliebten alten kontaktsperre an weihnachten geplant vorgesehen wahrscheinlich in letzten endes kompletter hätte durchzusetzen versucht und dann am schluss auch durchgesetzt ist natürlich wieder schwierig hier bei youtube vielleicht reicht auch schon der begriff angriff und kontaktsperre dass ich dann jetzt im moment bin ich ja jetzt hier nur bei meinen zwei noch unter kanälen weil ja der haupt youtube kanal jetzt noch so zwei drei vier tage hochladesperre hat ich riskiere es einfach mal es hilft ja nichts ja ich lasse mir das wort nicht und ich dass man den mund nicht verbieten und sieht es auch nicht ein warum ich mich dann permanent irgendwie da mental auf irgendeine andere wortformulierung einzustellen haben nur damit es den herrschaften gefällt das hauptfilmen könnt ihr sehen bei vk bei bit shoot die sich den trailer bei witness tv anschauen wie gehabt 1000 mal erklärt aber vielleicht schaut sich das jetzt jemand mal hier zum ersten mal an also weiß ich nicht ihr der eine bevorzugt vk der andere bit shoot bei vk muss man sich in den allermeisten fällen dann tatsächlich auch angemeldet haben um es dann schauen zu können bit shoot ist da noch jetzt ein bisschen einfacher weil man kann es einfach dann dort problemlos schauen ok also und dann sehen wir uns doch möglicherweise gleich wieder und hören uns tschüss